ja noch mal aus der perspektive wir haben heute oder ich habe heute meinen 18 saftfasten tag wobei das jetzt nicht mehr ganz stimmt man tag 17 gestern war es so da sehe ich ich wollte mal versuchen aus mangos saft zu machen aber ich hatte eigentlich schon im sinn dass das nicht funktionieren würde aufgrund der struktur genau wie bei pflaumen und banane pflaumen hatte ich aber auch hier mal besorgt gehabt er hat dann halt nicht geklappt war nur ein püree aber die waren so teuer 81 80 pro stück und das wollte ich nicht einfach weg kippen oder sowas dann habe ich den püree halt getrunken was ich eigentlich ziemlich unangenehm fand obwohl das geschmack jetzt wirklich lecker war aber diese gröberen stoffe jetzt sozusagen zu mir zu nehmen und das war auch in dem sinn unangenehm dass ich dadurch dann irgendwie totalen appetit gekriegt habe und dann habe ich mir überlegt ja ich habe jetzt eigentlich auch noch die pflaumen liegen und noch zwei mangos und die sind schon fast überreifen die will ich auch nicht wegschmeißen und verschimmeln lassen einfach da habe er sich die jetzt halt habe ich die gegessen und dann habe ich aber auch noch ein paar bananen hinterher geschoben das heißt geschoben ich habe sie normal langsam gegessen aber habe ich halt auch noch bananen gegessen welchen halt irgendwie satt war aber jetzt nicht viele bananen und ein paar und das problem ist jetzt ja wahrscheinlich zwei sachen eine sache ist ich weiß nicht inwiefern jetzt durch meinen saftfasten mit sehr wenig kalorien die darmflora noch im takt ist und festnahrung inwieweit festnahrung jetzt noch verdaut werden kann aber es hört sich ganz gut an bin eigentlich sehr zufrieden sage ich mal so mit der verdauung momentan ist sogar extrem besser wirklich extrem gibt es geht alles flutscht einfach durch ohne beschwerden und ich habe ich danach trotzdem extrem fit gefühlt ich hätte danach direkt im marathon laufen können also direkt nach dem essen also jetzt nicht überfressen oder sowas das schon gar nichts andere dürfte sein dass der stuhlgang dadurch auch noch nicht aktiviert werden wird das zeug jetzt wahrscheinlich lange drin bleibt und da habe ich mir gedacht muss ich da halt draus ein kleines fastenbrechen machen das heißt dass ich am heutigen tag also wir haben jetzt nachts eigentlich dürfte ich gar nicht mehr wach sein aber eins nach dem anderem ja dass ich dann heute auch noch zusätzlich zu den säften feste nahrung essen werde obwohl ich gar keine lust drauf habe obwohl ich habe jetzt noch trockenfrüchte besorgt bio also trockenobst und da habe ich eigentlich schon irgendwie lust drauf weil das halt wirklich stimuliert durch den ganzen zucker sage ich mal dann werde ich das halt zusätzlich zu den säften noch aber säfte mittlerweile liebe ich da könnte ich wirklich von leben ausschließlich ja dann werde ich halt ein zweiter einwand dann hoffe ich dass der stuhlgang dadurch irgendwie aktiviert wird und wird dann halt auch noch ein lauf machen vielleicht muss ich auch noch einen dritten tag mit fester nahrung machen und genau so lange werde ich dann jetzt auch die das erfassen verlängern um drei tage das heißt statt vier wochen mache ich dann halt 31 tage also einen monat das dürfte ja kein problem sein muss ich bekomme jetzt mit dem stuhlgang dann aussieht ich will aber eigentlich auch nicht so lange reden jetzt ja das ist also das problem dabei mit dem stuhlgang ist alles herauskommt kann als auch drei tage dauern bis das wieder rauskommt ja da wenigstens muss ich das obst nicht wegwerfen ja wie gesagt mangos bananen und viel sicher auch und glauben kann halt aufgrund der struktur nicht entsaften da kommt dann die ganze frucht raus und wird dann halt ein püree oder so was smoothie artiges ansonsten gewichtstechnisch war ich vor zwei tagen auf 75 kilo wird sich dann daher jetzt wahrscheinlich nicht sehr geändert haben sportlich muss ich wieder mehr aktiv werden ich hatte jetzt sogar einen kompletten ruhetag sag ich mal so hat sich aber nicht gut angefühlt also von der entgiftung her eigentlich schon manche entgiftung läuft auch sehr gut nur wenn man ruhig liegt so wie ich es jetzt gerade mache wenn es halt auch schon steht allerdings habe ich gemerkt dass der schiffluss sich verschlechtert wenn ich ja schon einen tag ja mich nicht genügend bewege ja sonst gibt es eigentlich nicht also ich wollte sagen wie das jetzt weiter aussehen wird also ich habe auch eine kleine kritik bekommen sagen so in anführungszeichen aber ich habe jetzt drei kritische kommentare bekommen die zwei davon kann man getrost ignorieren einen davon dass das ist zu extrem sei dass das fasten oder oder von mir aus auch das fasten oder das fasten wie ich es montan durchführe und da stimme ich mittlerweile teilweise zu also nicht in dem punkt dass es extrem für die belastung für den körper sein das kann ich überhaupt nicht bestätigen weil die sportliche leistung noch viel größer wird nicht viel mehr energie habe und mich viel besser fühle körperlich extrem viel besser das ist aber fast man kann fast sagen extreme belastung für die psyche nur so wenig dessen zu konsumieren und es ist eigentlich in meinem jetzigen vergifteten zustand auch sinnvoll mehr selbst zu trinken also das unterstützt auch die entgiftung regt die entgiftung an unterstützt die entgiftung in vielerlei hinsicht allein auch schon die mineralstoffe die für die entgiftung des darms die dafür notwendig sind dass die wir das man hier anbekommen dass chlorophyll einmal aber auch die fruchtsäfte und ich fühle mich auch wirklich viel 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 besser wenn ich mehr säfte trinke also ich werde das wahrscheinlich verdoppeln auf menge weiß ich jetzt nicht ich rechne immer noch halt in kalorien weil ich so viel intensiv gemacht habe also ich werde es auf circa 1000 kalorien hochschrauben und dann kann ich auch kann ich das auch vielleicht noch länger durchhalten ja also ich finde ich habe jetzt viel gedanken auf einmal ich weiß nicht was am sinnvollsten ist also welchen gedanken jetzt strukturell am sinnvollsten ist jetzt daran zu hängen was ich gerade gesagt habe diesen abmachen wie beide sind ist auch egal ist natürlich beide vergessen weil ich da jetzt noch drüber geredet habe ja ach kacke genau ich finde zum beispiel saftfasten also null fasten finde ich einfacher als das saftfasten was ich jetzt mache also mit dem wenig säften das finde ich viel schwieriger als wenn ich gar kein saft trinken würde aber nicht gar kein saft trinke dann weiß ich sowieso ich kriege sozusagen nichts externes und kann mich dann völlig auf mich konzentrieren also zu 100 prozent und bin dann auch aktiver weil ich weiß ich kriege so nicht externes dann brauche ich auch gar nicht darauf zu warten dass mich das irgendwie stimuliert oder so oder anregt da muss ich halt von vornherein aktiv sein und selber machen und mich geistig nähren in anführungszeichen und wenn ich dann aber halt so saft trinke und saft fast machen mit so wenig saft und auch halt nur abends den saft trinke oder zwei gläser saft dann ist es so dass ich den ganzen tag irgendwie rumsitze und rumliege und die ganze Zeit auch warte und auf nur durchhalte bis abends erst kann ich endlich mal saft trinken und dann habe ich danach aber trotzdem auch schon keine lust mehr die ganze durch halten musste deswegen würde ich so machen dass ich dann doch ab mittags nachmittags genügend saft trinke und dann abends halt noch mal dass das ja mehr nicht mehr struktur hat struktur vielleicht auch aber mehr stabilität hat einfach und mehr stabilität hat und mehr gewohnheit wird und ja dass man das so mehr mehr in seinem eigenen alltag integrieren kann unterstützend auch integrieren kann und genau dann wollte ich sagen dass es wahrscheinlich auch länger durchführen kann insgesamt weil das dann halt wirklich ja überhaupt nicht anstrengend ist sogar halt befreiend und spaß macht und halt lecker auch und stimulierend und mehr stimulation dadurch bekommt die entgiftung auch nicht ganz so hart ist mehr motiviert ist dadurch und dann könnte ich das auch eigentlich für immer durchführen ich würde ich habe das in dem video noch sagen wochen wir denn die anzeigen zehn minuten ok dann kann ich das vielleicht jetzt noch machen aber ich habe überlegt jetzt nach reifer überlegung sozusagen dass ich nicht direkt zum das hatte ich nämlich in überlegung gehabt dass ich zum ja nur noch flüssigkeiten konsumierer werde zum sogenannten liquidarium was sozusagen die nächste reinigungs stufe ist von rohkost was man auch noch mal mehrere stufe unterteilen kann dann kommt halt frutaria also früchte rohkost sozusagen möglichst nicht mit hybriden zucht früchten und dann würde liquidarium kommen was eigentlich schon so das endziel darstellen könnte das ziel ist jetzt nicht irgendwie von lichtnahrung zu leben weil das kann kein ziel sein was jeder tut trotz normaler nahrung die sache ist nur dass das das die nahrung als die energie blockiert sozusagen die energie vermindert und mein körper und mann körper damit belastet und ja je belasteter man ist desto niedriger ist die eigene energie und vitalität fitness auch lebenserwartung ist angeknüpft und frequenz eigenfrequenz auch das magnet eigene magnetfeld und so weiter da wollte ich jetzt sagen so spät wie kam jetzt auf eigenfrequenz und energie in der niedrigen stufe was hat schlimm gerade ich mache jetzt einfach weiter weil ich nicht schneiden will dann muss ich auch noch kommentieren und so weiter kostet auch alles strom und so also ich werde noch nicht zum liquidarium weil es einerseits zu schnell ist diese ganzen anderen reinigungsstufen ich glaube jetzt weiß ich mir wo ich war also trotz der nahrung läuft man immer auf ja oft g energie und dadurch dass man halt isst verringert man die frequenz und je gröber die nahrung ist und desto erdiger stoffe drin sind desto niedriger wird die frequenz und die energie und rohkost ist so dass was man sagt man so erreichen sollte wo man was sozusagen richtiges plateau erst mal darstellen kann also das krasseste ist zum erst mal erreichen wo man mehrere jahre oder auch jahrzehnte drin bleiben kann und nämlich vielleicht auch sollte je nachdem wie schnell man halt vorankommt und wie wenn man wie sehr gut man entgiftet und bereits vergiftet ist und welche umgebung man lebt sozial wie auch ja sage ich mal von der umweltverschmutzung her wo auch elektromagnetische verschmutzung mit rein spielt da ist es so dass ich nach dem saftfassen dann halt auf frohkost gehen werde aus dem grunde weil halt die entgiftung dadurch erstens total unterstützt wird und zweitens ich auch denke dass einige giftstoffe anders gar nicht ausgeleitet werden können zumindest nicht effektiv manche aber auch gar nicht wenn ich direkt auf liquidarium um schalte ja auch schon die belaststoffe belaststoffreiche nahrung wird den den darm auch ganz gut unterstützen bei der entgiftung zumindest effektiver als wenn ich nur safte trinken würde dann müsste ich halt auch einläufe machen das würde halt funktionieren und man kann sich als frohkost auch besser erden falls man halt irgendwie zu viel stress hat oder das irgendwie nicht hinkriegt oder so aber da könnte man zur not auch mehr safte trinken ja aber ich habe irgendwie die tiefe intuition oder das tiefe gefühl dass es zu schnell ist jetzt direkt auf liquidarium zu machen und wenn ich halt so eine sache mache die wirklich extrem wichtig ist und das ganze darauf folgende leben bestimmt also richtig krass bestimmt dass ich es dann halt auch richtig machen möchte und nicht so überstürzt was eigentlich meine art ist einfach rein und machen obwohl ich gleichzeitig irgendwie trotzdem extrem viel nachdenken also mehr nachdenker als die meisten Leute trotzdem bin ich irgendwie total ungenuldig und will einfach machen ja da werde ich dann erstmal auf eine rohkost stufe gehen und werde auch sprossen einbauen also ich werde keine nüsse und samen essen halt zumindest nicht in dieser form das heißt die erste rohkost stufe was insgesamt die zehnte von 18 stufen ausmacht zumindest nach 1 joss definition ich weiß auch nicht wo ob er die jetzt selber gemacht hat ich denke noch schon aber der die differenz von stufe zu stufe ist nicht immer mit dem gleichen abstand sage ich mal so auf jeden Fall werde ich die erste stufe der rohkost komplett überspringen das kann man auch ohne bedenken machen äh ich werde gekeimte samen und nüsse eventuell selten mal einbauen aber das ist dann wieder eine ganz andere struktur und ähm ist dann halt ein spross und nicht mehr richtig ein samen oder was weiß ich ähm zur erdung wenn ich mal erdung brauche oder so werde ich dann sowas wie rohen hummus aus gekeimten kichererbsen oder so machen und es kann halt wirklich noch sinn machen dass ähm mineralstoffe und sekundäre pflanzenstoffe ähm aus ähm keimlingen die natürlich weil es ein junger spross ist ähm die konzentration darin sehr stark ist dass sie wirklich noch sehr sinnvoll sein können am anfang für die eigene vitalität energie und die reinigung und auch anreicherung mit ähm chi energie also mit mit licht was in der pflanze gespeichert ist und mehr vorhanden ist jetzt als wenn ich nur wenig säfte trinken würde dass man auch da sich selber unterstützt am anfang auch psychologisch einfach dass das man nicht so krass schnell umspringt weil das kann wirklich sein dass man wenn man so krass schnell umspringt dass man halt immer wieder zurückfällt und auch zu weit zurückfällt und dass das im endeffekt dann sogar noch weniger gebracht hat ich weiß ich kann dinge schnell überwinden und auch halten aber dann ist mir das risiko doch so groß dass ich das über längere zeitraum dann irgendwie doch nicht halten kann und dann zu weit zurückfalle deswegen werde ich daraus jetzt ähm keine sozusagen kurze quest machen dass ich das erreiche also ich hätte am anfang sogar wirklich die überlegung dass ich so schnell wie möglich auch einfach gar nichts mehr esse und fertig aber darauf kommt es wie gesagt gar nicht an aber so ist auch nicht licht nahrung nicht nicht nahrung sondern licht nahrung laufen komplett 100 prozent und wir einfach die den energiefluss nur stören und indem unseren körper halt belasten mit nahrung ähm und da ist eigentlich der weg das wichtige und da gibt es eigentlich kein ziel es gibt aus dem grund kein ziel weil das ziel ist eigentlich schon erreicht licht nahrung das haben wir alle schon erreicht im prinzip der weg das ziel deswegen werde ich da jetzt ähm ja ein lifestyle daraus machen also ein lifestyle des reinigens und des gewicht verlierens und der meditation und physischen also insgesamt der physischen und psychischen vorbereitung auf diesen prozess und mein ziel ist eigentlich erstmal halt liquidarien und das wäre eigentlich auch schon mein endziel weil wir sowieso acht tassen ähm speichel am tag generieren auch als ähm bresserien also wenn wir nichts mehr essen ähm auch wenn wir in der wüste stehen würden wir diese acht tassen generieren herstellen und dann wären wir sozusagen sowieso liquidarien aber ich würde aus dem grund versuchen weiterzugehen um halt irgendwie leute mehr zu inspirieren weil viele das ja einfach nicht für möglich halten und einfach noch in dieser matrix gefangen sind der mainstream media und ja der ganzen matrix eigentlich die allermeisten leute bestimmt also das weltbild bestimmt und so weiter und die leute halt weniger ihre intuition vertrauen also richtig konsequent und richtig tief vertrauen und keine angst davor haben und dann auch wirklich die arbeit machen und denen den weg gehen das sind nur extrem wenige vielleicht 0,001 prozent aller menschen sag ich mal sag ich mal ach jetzt sind wir über 20 minuten ja ähm deswegen werde ich das doch irgendwann versuchen also zumindest werde ich halt werde ich irgendwann 30 tage experiment machen ähm wo ich halt nicht nur nichts esse sondern halt auch kein wasser trinke ähm aber wie gesagt zum liquidarien mit saftwassen da werde ich auf jeden fall übergehen die frage ist nur wann ich denke mal dass ich nicht mehrere jahre ähm feste rohkostnahrung zu mir nehmen werde dafür habe ich dann doch keine geduld also ich werde versuchen wirklich sehr effektiv mit dem sport auch zu entgiften also damit entgifte ich noch am besten sage ich mal so kann man eigentlich nicht sagen am besten aber wenn ich jetzt jeden Tag sport mache entgifte ich das schon auf jeden fall mehr als durch die Nahrung oder Einläufe oder andere Techniken und Methoden ähm und ja wenn ich in 2 Wochen 10 Kilo an toxischen Stoffen abnehmen kann also mit toxischen Stoffen meine ich auch Fett weil das einfach ähm ja unnötig ist sozusagen in zu großen Mengen und belastet also an belastenden äh den körperbelastenden Stoffen wenn ich das in 2 Wochen schaffe dann kann ich es auch in mehreren Monaten schaffen mich so zu reinigen dass ich nicht mehr auf feste Rohkostnahrung angewiesen bin denke ich mal wenn ich halt die Disziplin und Konsequenz mitbringe und da werde ich halt mindestens ja ein halbes Jahr oder so könnte schon sein also 6 Monate dass ich Rohkost machen werde und natürlich trotzdem aber immer Säfte integrieren werde wahrscheinlich auch sogar viel Säfte weil ich Säfte wirklich liebe und dann wirklich nur dann Rohkost feste Rohkostnahrung esse also am Abend wahrscheinlich wenn ich halt wirklich irgendwie Lust drauf habe oder Erdung mehr Erdung brauche oder mehr Anregung oder halt irgendwie Salat esse für mehr Entgiftung oder sowas dass ich dann insgesamt einen Lifestyle draus machen kann darauf wollte ich ja hinaus der halt nicht auf Dauer anstrengend ist psychisch gesehen also wenig Säfte trinken und sowas das ist für mich in meinem jetzigen Zustand psychisch noch eine Herausforderung sag ich mal und wenn man das langsamer macht dann ist das halt irgendwann keine Herausforderung mehr dann gewöhnt man sich halt manchmal dran aber es wäre halt theoretisch trotzdem psychisch möglich jetzt sofort umzuschalten irgendwann wird sich das dann auch anstellen wird man sich auch dran gewöhnt und ist dann sogar schneller damit sein aber wie gesagt aus körperlichen Gründen der Reinigung des Reinigungsprozesses werde ich das nicht sofort machen und konkret wie gesagt werde ich jetzt morgen noch feste Nahrung zusätzlich zu Saft zu mehr nehmen gucken wie es im Stuhlgang läuft vielleicht noch dritten feste Nahrungstag einlegen und drei Tage dann als gesamtes Saftfassen verlängern und dann halt mehr Säfte also doppelt so viel Säfte zirka konsumieren und ja nicht so viel crazy Kombinationen machen oder viele verschiedene Früchte oder sowas das brauche ich irgendwie nicht mehr da habe ich sowieso schon viel durchprobiert und da kann ich mich so aus wesentlichem schränken das reicht mir dann eigentlich also da fühle ich mich auch dann besser mit wenn ich mich halt auf so ein paar Sachen beschränke und wenn ich Gedanken machen muss ja jetzt könnte ich auch das noch und das noch das ist doch total lecker und eine Abwechslung eigentlich ist das viel besser wenn ich mich darauf konzentriert was man hat und das dann wertschätzt weil wenn man jetzt das was man momentan hat nicht haben würde und die andere Sachen aber haben würde wonach man jetzt giert sozusagen dann würde man nach den Sachen die man jetzt hat gieren und von daher ist das eigentlich eh sinnlos und könnte damit zufrieden sein was man so hat was wollte ich noch sagen ja also Rohkost zur Reinigung dann werde ich wahrscheinlich das Futariatum sozusagen überspringen weil ich ja sowieso schon die erste Rohkost Stufe sag ich mal mit den ja ich weiß nicht inwiefern ich auch verarbeitete Rohkostprodukte konsumieren werde also sowas wie Hummus mit was weiß ich wo da alles reinkommt also ich werde zum Beispiel auch auf Alliumgewechsel wie heißen verzichten also auf Knoblauch und Zwiebeln Lauch und sowas auch auf rohe Hülsenfrüchte außer gekeimt halt die werde ich probieren und ich werde dann so verarbeitete Rohkostprodukte auch sehr simpel machen mit wenig Zutaten was trotzdem schmeckt weil ich auch mich auf so eine Einzelzutat konzentrieren will das finde ich irgendwie besser und schmeckt mir besser als wenn ich das irgendwie vermische und verändere das mag ich nicht mehr so irgendwie wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch Nudeln essen würde dann würde ich da auch gar keine Soße mehr zum nehmen weil ich will diesen einen Geschmack dieses einen Lebensmittel irgendwie haben und das nicht vermischen ja ich werde zum Beispiel jetzt keinen Rohkostkuchen glaube ich machen vielleicht mache ich mal eine Rohkostpizza oder sowas aber auch halt mit einfachem Teig der nur aus Buchweizen besteht und dann auch so ein paar kleineren Sachen halt und dann legt man da halt irgendwas an Gemüse drauf oder so man kann ja für eine Tomatensauce auch einfach Tomaten mixen und Gewürz zu geben das könnte ich mir noch vorstellen um mich halt zu erden ausnahmsweise mal aber sonst werde ich halt mich wirklich an Obst und Gemüse halten und an deren Säften und im Prinzip sonst eigentlich gar nichts und wenn ich mich halt erden will zur Ausnahme dann halt sowas was ich gerade erzählt habe und dann werde ich den das Futariatum überspringen nach ungefähr sechs Monaten jetzt theoretisch kann halt auch ein Jahr dauern oder zwei Jahre dauern also ich will auf jeden Fall vor dem 30. Lebensjahr noch Säfte-Trinkeranreiner Säfte-Trinker sein sage ich mal so ich bin jetzt 24 seit einem Monat ja dann werde ich halt noch nur noch Obst und Gemüse Säfte konsumieren und Wasser würde ich wirklich gerne jetzt schon machen weil ich liebe wirklich Säfte mittlerweile ist das gar nicht klar aber dem Darm zuliebe alleine schon der Darm Entgiftung und Organ Entgiftung werde ich das halt langsam angehen ja maximal 30 Minuten mache ich anderthalb Minuten habe ich noch ja und ja einige Gründe habe ich ja schon genannt warum ich das tun werde oder was ich daran sinnvoll finde auch mehr Säfte zu konsumieren wegen der Stimulation der Entgiftung und der psychischen Gesundheit sage ich mal dass ich das halt langfristig machen kann also Fasten wenn das halt mal ein paar Wochen anstrengend ist ist das halt kein Problem dann kann man einfach durchhalten aber ich will jetzt halt kein dem Stil den man das ein Leben lang durchhalten muss das ist ja total Quatsch dann lebt man ja nicht mehr das ist halt so dass man dass die Geschmackssinne immer sensibler werden also ich mag es halt jetzt schon nicht wenn ich irgendwelche Sachen vermische ich will die immer einzeln haben und ich habe auch schon gemerkt dass ich diese Hybridfrüchte also diese gezüchteten Früchte gar nicht mehr so geil finde und Wildfrüchte viel besser finde ähm da ist auch eine Sensibilität schon gekommen und dass ich halt diese ganzen Früchte also die gröber halt sind als Säfte eigentlich auch gar nicht mehr mag ähm ich habe sogar vor Wochen war ich schon so weit mal ähm dass ich ähm dass mehr Flüssigkeit aus der Atemluft und aus der Luft allgemein gereicht hat dass ich dadurch den Durst stillen konnte und ähm dass ich auch wirklich so sensibel geworden bin dass ich allein durch das Prana also durch die Chi-Energie ähm nicht nur mich genäht gefühlt habe sondern das richtig gesättigt hat also das ja und ich eigentlich gar nichts mehr anderes wollte aber wusste dass ich halt noch so vergiftet bin dass ich halt wieder zurück muss ähm das habe ich halt durch 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 einen langen extrem intensiven extrem krassen Lauf ähm halt von mir generiert da bin ich halt schon diese Höhen habe ich also diese Höhen habe ich mich da schon katapultiert also quasi in die letzte 18. Stufe hinein katapultiert ich muss dann aber halt wieder zurück ähm ja zur ich bin jetzt glaube ich in der 16. oder 14. Stufe ne 16. mit Saftfasten ähm ja und maximal sollte man halt in die 10. Stufe zurück also diese vermischte Rohkost auch mit Samen und Nüsse und Rohkostkuchen Gourmet Rohkost sag ich mal ja also ich meine wir halt immer sensibel aus der Geschmack sind jetzt haben wir leider doch über 30 Minuten aber ist wichtig ähm ja so zum Beispiel habe ich schon lange auch keine Nüsse mehr auf Salz und sowas brauche ich auch gar nicht mehr und genau ich wollte darauf hinaus ähm dass das halt nicht anstrengend sei und je sensiver der Geschmack sind halt wird desto zufriedener ist man halt mit mit in Anführungszeichen weniger das wird dann automatisch irgendwie mehr aus aus dem Nichts quasi und später nennt man sich ja nur noch von Nichts und aber dieses Nichts ist dann das das Maximalste gleichzeitig das ist dann alles ja das mag für den einen oder anderen Verstand schwierig sein zu verstehen aber das ist wirklich so und eigentlich will ich sogar wirklich diese Höchststufe erreichen aber wenn ich die Saftfasten mache also 16. Stufe 17. ist nur Wassertrinken ähm wenn ich das Saftfasten mache dann habe ich trotzdem extrem krasse Schienergie und merke auch wie wenn ich Säfte trinke dass die nicht sehr stark jetzt irgendwie ähm erniedrigt wird oder gestört wird und ich auch sofort wieder ähm genauso energetisch und startklar bin und nicht viel zu überwinden habe wenn ich jetzt zum Beispiel Sport mache und ich hätte zum Beispiel Kochkost gegessen und müsste ich mega viel Sport machen um diese Kochkost sozusagen zu überwinden und in die reine Schienergie wieder überzugehen wenn ich Säfte trinke ist das eigentlich fast gar nicht so aber manchmal habe ich dann auch wirklich gar keine Lust Säfte zu trinken werde es dann auch nicht machen besonders nach dem Sport habe ich keine Lust dazu da ist dann die Energie so rein da will ich das dann kein bisschen ähm verunreinigen und durch Externes vermischen ähm das hatte ich früher schon gehabt wo ich noch nicht davon wusste dass ich nach dem Joggen und nach dem Sport eigentlich nie was essen wollte obwohl die meisten gesagt haben ja du musst direkt was essen wegen der Regeneration damit du sofort eintritt und wieder schneller trainieren kannst und so aber ich hatte da irgendwie stundenlang das habe ich öfter stundenlang danach gar keinen Hunger weil ich einfach so hart Sport gemacht hatte früher schon dass ich so viel Säfte Energie gesammelt habe dass mich das extrem genährt hat und ich deswegen kein Hunger habe deswegen hat man öfters kein Hunger nach dem Sport ich dachte immer das wäre einfach ein psychologischer Effekt dass Hormone ausgeschüttet werden die ähm einen anregen und das Hungergefühl sozusagen noch unterdrücken ähm ja auf jeden Fall wird der Geschmacksinn halt immer sensiler und man ist dann ja und man trinkt dann irgendwann seine Säfte und fühlt sich davon noch viel mehr genährt als von irgendwie Rohkost oder normal vegan normal vegan ist für mich jetzt in meinem jetzigen Verständnis schon fast alles Junkfood also diese gekochte vegane damit male ich halt noch nicht mal Tofu oder so also meinen jetzigen Geschmacksnervenzustand habe ich da auch gar keine Lust mehr drauf das gibt mir irgendwie nix und da ist irgendwie auch keine richtige ja keine richtige ähm Nährstoffzufuhr drin ist in Brot oder Nudeln oder Kartoffeln dann ist nicht so viele Nährstoffe drin und erden einfach extrem stark also nach Fleisch erden Getreideprodukte, also stärke Produkte extrem stark und das ist halt wirklich gut wenn man vegan ist, dass man halt zumindest dieses Rocket Rottle 4 Konzept macht aber das hat bei mir halt auch gar nicht funktioniert also Kochkost funktioniert bei mir einfach gar nicht mehr dafür ist mein Geist einfach zu weit schon, das ist ja jetzt auch schon wieder zu weit das ist ja jetzt schon bei Liquidarismus aber da kommt der Körper halt nicht mit ja und man ist dann wirklich richtig fühlt sich richtig genährt durch die Säfte einfach oder halt auch nur durch Rohkost weil die Geschmacksnerven halt immer sensibler werden und irgendwann fühlt man sich halt wirklich genährt durch die Natur sozusagen durch die Atmung alleine auch die Flüssigkeit aus der Atmung und das Qi aus der Atmung und das Qi in der Natur allgemein was in der Natur halt viel stärker ist und durch den Sport natürlich den man macht und durch geistige Arbeit und geistige Nahrung dadurch wird man dann zufrieden und satt und will dann auch halt gar nicht mehr zurück und das ist halt so der Sinn davon warum man das überhaupt macht das sind einfach höhere Stufen der Zufriedenheit und der Sättigung und die meisten verstehen das halt nicht ich hätte es früher halt auch nicht gewusst oder vor ein paar Wochen habe ich es auch noch nicht gewusst die meisten denken dann man wird halt immer mehr verzichten und sich immer mehr einschränken und immer man müsste immer disziplinierter sein aber dabei ist das genau das Gegenteil man erreicht immer höhere Stufen der Zufriedenheit und der Sattheit und die Geschmacksnerven werden halt so sensibilisiert dass das alles viel besser schmeckt und deswegen mache ich das halt auch eigentlich weil man halt ja ich will nicht mal von diesen diesen Junk sozusagen abhängig sein weil man sich dadurch irgendwie stimuliert und ich will halt durch mich selber weiterkommen das habe ich auch schon mal erzählt gehabt ja jetzt mache ich dann mal einen Schluss bei 37 Minuten das wollte ich auf jeden Fall erzählen auch dass ich halt die Kritik teilweise berechtigt fand aus genannten Gründen ja das war Saftfastentag 17 und 18 bis dann so 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 so